Guten Morgen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des DAX-Check. Nachdem wir am gestrigen Montag einen sehr erfreulichen Wochenstart beim DAX gesehen haben, deuten die Vorgaben nun auch darauf hin, dass die Erholung am Dienstag weitergeht. Wir sehen es hier bereits, ein erster Kurs ist bereits da, 13.136 Punkte, jetzt bereits 13.160 Punkte, also rund 100 Punkte mehr, als wir gestern geschlossen haben. Der Ausbruch über die 13.000-Punkte-Marke scheint damit nun nachhaltig gewesen zu sein. Und worauf kommt es jetzt an? Wir sind genau an einer wichtigen Marke. Im Bereich 13.170 Punkte liegt das Schlusskurshoch im Nach-Corona-Bereich. Wir haben noch nicht über dieser Marke geschlossen. Das wäre jetzt der nächste Schritt, um uns dann eben eine Attacke zu gönnen auf das absolute Corona-Erholungshoch-Intraday, das im Bereich 13.310 Punkte liegt. Erst wenn wir über dieses Corona-Erholungshoch hinaus klettern, sehen wir wahrscheinlich auch wieder eine Attacke auf das Allzeithoch im Bereich 13.795 Punkte. Das wären jetzt nach oben die Ziele. Nach unten gilt es natürlich, dass wir jetzt erstmal nicht mehr unter die wichtige psychologische Marke bei 13.000 Punkte fallen. Sollte das noch einmal passieren, gibt das alte Ausbruchsniveau im Bereich 12.770 Punkte Halt. Und was sind die Trigger auf dem Weg nach oben? Natürlich weiterhin die Entwicklung der Corona-Pandemie. Zuletzt jetzt am Wochenende eben gute Nachrichten aus den USA über alternative Behandlungsmethoden gegen Corona. Das kommt an der Börse gut an, hat vor allem der Wall Street neuen Schwung verliehen und wie es in den vergangenen Wochen und Monaten in der Regel bereits war, die Wall Street gibt den Takt für den DAX vor, gibt eben auch dem DAX jetzt wieder neuen Schwung, so dass wir uns jetzt wieder nach oben orientieren können. Wir vom Aktionär sind aktuell allerdings noch an der Seitenlinie, sehen jetzt erstmal ab, ob es wirklich gelingt, eben ein neues Schlusskurs hoch aufzustellen. Denn man muss schon durchaus auch sagen, so ganz so positiv, wie es jetzt an der Wall Street wieder dargestellt wird, ist das Ganze auch noch nicht zu werten. Es bestehen durchaus Fragezeichen, ob diese neue Behandlungsmethode so erfolgreich ist, wie es aktuell behauptet wird oder eben an der Börse gespielt wird. Deswegen gilt für uns vorerst noch an der Seitenlinie bleiben. Sollten wir uns aber neu orientieren, werden wir Sie wie gewohnt per E-Mail darüber informieren. Blicken wir noch einmal kurz auf die DAX-Tafel. Jetzt aktuell wären wir über diesem Niveau von 13.170 Punkte. Von daher, es schaut gut aus, wir beobachten den Markt weiter genau und ich hoffe, dass wir uns dann morgen wiedersehen zu einer neuen Ausgabe des DAX-Check. Bis dahin.